da kommen ein paar geflogen sehe ich da kommt irgendwas geflogen kreist über mir oder kreist unter mir muss ich wieder zurück ja also mein auto komplett hier runter erstmal alles ablupen bestimmt sind unten einige da kommen welche egal ich springe runter hol mein auto und geh wieder was war's was soll da scheiß muss sie wegtreiben wow the fuck schon wieder abgemacht habe gerade noch was auf dem herz stehen schlechte auswählen kann festmachen lass dir da was anderes verfallen alles klagt heidern mehr ist der fürst vorbeischauen schlaf schön und träum süß ich dachte mir what the fuck was taucht auf einmal so eine nachrichte auf hier alles klar schlaf schön und träum süß guten appetit ne weiß wieso ich es gelesen habe aber du gehst in der pende ist ja nicht hier zurück über die brücke also in die steuer muss ich mich gewöhnen mit w und s gas geben bremsen und mit der maus links rechts auf diese scheiß viecher draufpassen ich bin immer noch nie der beste ja meine auch nicht deswegen komm wir da durch aber halt hier stehen vor ist egal hey da bin ich du sack du hast dich als würdig erwiesen und deine initiation ist fast abgeschlossen ich schicke die position eines eines anderen eingangs auf dein echo aber hier ist doch ein tor äh ich hab an der steuer herumgefummelt und da hat sich was drin verklemmt die tür geht also gerade nicht aber du kannst durch die seiten rein sag denen einfach das passwort es lautet arm ich warte hier ein edler aber gefährlicher roboter allein geheimnisvoll der zweifelt in seinem wunsch nach liebe es passt so das r gut ich geh mal kurz pinkeln komm mal wieder komm 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 conomic Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube dieses Jahr noch gar nicht. Aber das Jahr ist ja noch lang. Es ist ja noch lang. Also kann doch viel passieren. Also wieder irgendwo hinfahren. Da runter. Irgendwie so komisch im Kreis. Mal schauen, ob ich den ganzen Kratern und so. Auch nichts. Keine Atmosphäre, keine Waffe. Was schon. Was zusammen hier. Rückwärts und so lenken mit der Maus hier. Moment. Erstmal Weg hier durchsuchen. Sicher nicht irgendwie runterfallen oder so. Ah, ich trau mich, keinen Boost zu nutzen hier. Irgendwo runterfliege, ist auch nicht so toll. Benutze ich. Was für scheiß Viecher hier. Schon drücken wir so ein Psycher mit der Maus. Das sind aber nicht viele. Warte mal, lass mich doch mal wieder ins Auto einsteigen. Was ist denn? Achso, das ist wieder dieses Ding. Moment, dass wir da jetzt einsteigen. So, viel einfacher. Viel einfacher. Lokiko, musst du denn morgen auch arbeiten? Oder nicht? Jetzt hätte ich auch noch... Jetzt wäre es lustig, wenn ich auch den geheimen Schalter reparieren hätte müssen. Musst du immer alles reparieren. Irgendwas ist immer kaputt. So, mit der Maus lenken. Könnte ich hier durchmühen? Auto? Ist das dafür gemacht? Ich glaube, das ist nicht dafür gemacht, gell? No, darfst du nicht. Okay, dann muss ich wieder zu Fuß latschen. Einfach zu Fuß latschen. Okay. Oder, was ist denn da oben drin? Mal schauen. Erstmal die Mülltonne drinnen. Und das darf weiter. Test mal die Waffe auch mal. Aber schon komische Waffen, gell? Okay, komm jetzt. So, jetzt mal schauen, was wir da noch bekommen und für Blödsinn. So wenig Schaden sind 17. Das ist ja Pimmel ins Gesicht hier. Das ist ja gar nicht 17. Das ist ja echt ja nichts. Aber wirklich ja nichts. Dann bleiben wir bei dem. Bei dem Schmoren. Gut. Jetzt müssen wir entscheiden, wer da rüber. Schade, mit diesen Waffen kann man nicht so gut ziehen auf den Kopf. Entschuldigung, muss man irgendwo in Deckung gehen, aber das gibt's gar nicht. Guter Plan, jemand töten, damit man dann wieder voll ist. Nicht immer super. Ach, voll. Wow. Ich dachte, irgendeinen töten können. Der ist zu stark. Oder komm laut nach, Alter. Dann hat der, der vor mir ist. Hallo Gags, da bin ich wieder. Die, die dich im Spiel auszusehen mal so erschreckt hat, grins. Ja. Ich war erst durch den Follow bei Evil Will Finn. Grüß dich schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Diesmal hast du mich nicht ganz so erschreckt, aber hey. Trotzdem cool, dass du da bist. Alter, also. Komm schon, lad nach. Musst du doch einen töten und lebe ich wieder. Komm, 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 komm. Nein, dieses beschissene, dieses beschissene Raketendings. Da trifft er überhaupt nichts. Gebt mir doch eine gute Waffe, Spiel. Das gibt's doch nicht. Das hat so viele Millionen verschiedene Waffen. Aber das ist alles nur Zufall. Das ist alles zufällig. Ich hab's aber doch irgendeine andere. Es ist mir egal, irgendeine andere. Es gibt keine schlechte, als die, die ich hab. Sowas blödes. Da. Und die da. Was ist das? Schau mal. Ich muss da hinten hin, okay? Die macht doch keinen Schaden, ne? Oh mein, kann ich noch ein bisschen mit der Treffen Ah, hab ich schon 18 von den Teilen. Cool. Alles voll. Okay, jetzt muss ich hier... Schaden, dass ich mein Auto nicht mehr hab. Ging schneller. Da ist noch eine nette Waffe. Mal kurz eine andere rausschmeißen. Ich hab so viele komische Moddinger da. Ich hab keinen Platz mehr hab' hier. Was ist das für ne Waffe? Testen wir die gleich mal. Zack, gegen... Entscheidungen, Entscheidungen, Entscheidungen. Irgendwie. Ja. Sehen wir uns mal die Stats an. Wow, Schild ist weg. Bombe liegt da. Oh, Schild ist weg. 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 Vielen Dank.